Werder präsentiert die Veranstaltungstipps aus der Region. WWTV. Fernsehen ganz nah. Vortipps. Was ist los im Sendegebiet? Internationale Musik in der Tenne. Am Freitag können Sie in Dörrlandshausen ab 20 Uhr die Band Noteba Gusta aus Uruguay erleben. Die Band führt in ihrer Heimat Stadien und war es auch hier zu begeistern. Special Guests sind Strange as Angels. Im Freitagabend in der Tenne in Dörrlandshausen. 25 Jahre Symphoniker in Harenburg.